Musik Musik Der Nahverkehr in Hamburg stützt sich heute auf die S-Bahn Die Hoch- und Untergrundbahn und den Busbetrieb Die leistungsstarken Verkehrssysteme sind seit Jahrzehnten Die Säulen für hunderttausende Fahrgäste im täglichen Betrieb Noch bis Oktober 1978 war die Straßenbahn am Geschehen beteiligt Deren Strecken hat nach und nach der Bus übernommen In unserer Dokumentation betrachten wir den heutigen Nahverkehr In einem ausführlichen Rückblick bis ins 19. Jahrhundert wird das gestern beleuchtet Sehen Sie Hamburg vor dem Krieg mit alten Straßenbahnen, Hochbahnen und der Wechselstrom S-Bahn Historische Szenen aus fast allen Jahrzehnten werden Sie begeistern Musik Erleben Sie noch einmal die Hamburger Straßenbahn Die Typenvielfalt bei der S-Bahn und Hochbahn bis hin zu den modernen Baureihen Jahrzehntelange treue Begleiter im täglichen Verkehr werden wieder lebendig Laufzeit 58 Minuten ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020